Hi, ich will dich schreien hören. Du schreist doch nicht. Doch. Na dann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier waren oder siehst du hier irgendwo eine Treppe? Das ist ein anderes Haus. Hm. Tür geht nicht auf. Du bleibst da, ne? Ah, hängst da mal nur ab. Hier ist ein Skelett. Mit Weinflaschen. Ist ja nett. Äh. Ein Ventilator-Rotorblatt. Mhm. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich laufe jetzt zu Schwester Helke hier. Oh. Sie ist geflüchtet. Das ist fein. Warum nicht beim ersten Part so? Irgendjemand wollte diese Bilder definitiv vernichten. Sind das die Bilder? Das kann ich mir so ganz sehen. Weiß ich nicht. Sieht ihr altes Dach rein? Da ist doch irgendwas. Ich weiß, ob ich gucke nochmal in den letzten Raum her. Cool. Hm. Na dann. So. Hä? Hier sind zwei Zettel, ne? Auf dem Stuhl ist auch noch einer. Kannst du mal die Funzel da weghalten? Dann ziehe ich das nicht. Ja, danke. Meine Ohren sind ruiniert. In letzter Zeit spielt das Radio seltsame Morsecoats ab. Und es treibt mich in den Wahnsinn, würde es mich auch. Es begann als zufälliges Signal. Aber jetzt ist es wie ein Fluch. Ich kann ihm nicht entkommen. Und es verwirrt meinen Verstand. Dann macht er einfach aus. Ich weiß nicht, woher dieser Code kommt. Oder was er bedeutet. Alles, was ich weiß, ist, dass er nicht aufhört. Egal, was ich tue. Es ist, als ob er mich fest im Griff hat. Aber hier ist das Seltsamste. Vor einer Weile habe ich etwas im Wald gefunden. Und es ist... Und es in die Schublade gelegt. Ihr müsst eine Schublade finden. Seitdem spielt das Radio verrückt. Und die Schublade hat sich verschlossen. Das Schlüsseldoch ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich gefunden habe, mit dem verfluchten Code zusammenhängt oder nicht. Aber langsam glaube ich, dass es vielleicht so ist. Die Schublade ist hinter dir. Das Ding hier, meinst du? Mhm. Okay, hören wir uns doch mal den Morsecoat an, oder nicht? Okay. Okay. Hör mal. Ich hör nix. Oh Gott, kannst du doch mal stoppen. Das mach ich nicht. Kann ich nicht. Hm? Okay. Ich kriege Schaden, wenn ich das Ding anfasse. Okay. Das ist eine Null. Das ist eine Neun. Das ist eine Sechs, glaube ich. Wird da noch eine? Ich dachte das jetzt noch mal, ja? Ja. Nur für dich verbrutzel ich mich. Ich weiß gerade nicht genau, ob das ein Vier war. Passt das? Wollen wir einmal tauschen? Also ich habe aufgeschrieben, vier, null, neun, sechs. Du könntest dann einmal gegenchecken. Okay, ich starte. Wie denn? Das grüne Ding anklicken. Das grüne. Das grüne. Das grüne. Das grüne. Das grüne. Verstehst du jetzt? Gib 3, 5, 5, 7. Das ist ja toll. Starte noch einmal, bitte. Ja, wir können es auch noch fünfmal hören. Das ist eine 3. 4, 5. Das ist eine 5. 3, 4, 5. Das ist nochmal eine 5. 1, 2. Das ist eine 2. 3, 5, 5, 2. Aber wo müssen wir die eingeben? Ah, hier ist eine Frequenz. Ne, leuchte mal nicht, sonst sehe ich nichts. Dann muss die Tasche nochmal ausmachen. Na, kann ich mir mal bücken hier? Ich sehe überhaupt nichts. Ne, da geht es auch hoch. Kann man wieder rückwärts? Ah, guck mal. Welche Zahlen hast du? 3, 5, 5, 2 habe ich. 5, 5, 2. Nö, irgendwie nicht. Oder? Gut, probiere ich mal. Achso, oh, oh, falscher Knopf. Oh nein, jetzt hast du es durcheinander gebracht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ich versuche es nur mit 3097. Nein, einmal kurz, zweimal lang, fünfmal lang, vier, 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 5996 ja ist nicht unseres ne ich hasse nur so ohne fragmente zum gruppen inventar zugefügt klemmbrett prüfen ja eine runde brauchen wir noch aber dann noch mal oben rechts den weg der ins nichts wird gehen oder warst du das schon nein da war ich noch nicht ich gebe die wohnung willst das ans ende der karte ganz rechts oben sind noch zwei wege dienst nichts führen ja eigentlich sind sogar noch vier vier ja mitte rechts und unten links sind auch zwei wir gehen jetzt oben rechts ja wo bist du auf dem weg ok wir treffen uns dann wahrscheinlich einfach da da bist du ja die mühle habe ich nicht gesehen du versuchst hier ein ritual da haben die auch ein ritual gemacht in der mühle ja wo bist du denn jetzt in der scheune wird schon wieder auf dem weg waren wir in der scheune nicht drin du warst in der scheune drin glaube ich ich weiß es nicht ich komme mit den leichen im wagen hinten ja ja war schön da na dann wie konntest du die mühle übersehen du musst rausgehen dann guckst du sie an ich habe am boden geguckt ich bin introvertiert ich habe dir irgendwann mal so ein teil das anfängt zu bieten ja wenn du da irgendwo dran gehst wenn du zu da irgendwo dran gehst das war bibi 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 vorsicht siehst du siehst du ja was macht die da und besonders in so groß hallo hätten wir das alles vorher noch erleben müssen bevor wir die story gemacht haben uns dann gefragt hätten wer ist das dafür wären wir gar nicht auf die idee gekommen wir verpuzzelt in etwas außerdem haben uns vorher ja andauernd ja wie ich abbelästigt ich finde jetzt geht das eigentlich relativ schreist doch nicht doch ich will dich schreien hören hier ist nix aber das geht noch weiter da ne ja das kartenende gleich macht ja hier in den dann kommt das bestimmt noch oder es ist parallel dazu oben auf dem berg und nicht hier unten oder das ist hinterher der ausgang wo wir durch müssen wo bist du hinterher kommst du guck noch mal hier oben ich komme da gar nicht rauf die wässe sitzt auf meinem kopf lass dich nicht stechen lass dich nicht stechen na weißt du warum die ganz oft so panisch an dich dran fliegen wegen deinem atem nein nicht nur das sie sind auch kurzsichtig ja ich auch und trotzdem gehe ich den leuten nicht so am sack also manchmal schon aber nicht so wie wespen hier ist auch nix so gehen wir zur nächsten sackgasse da drunter ich warte hier auf dem weg auf dich kannst du auch die auf welchem weg ich glaube hier oben rum ok da kannst du ja die wesbe auch ihm entfernen gehen hätte ich sie lieber fliegengitter schicken sollen nein hier ist ja eine höhe da da bist du so jetzt sind wir wieder hier ne sollen wir jetzt erst den einen kleinen weg noch lang gehen welchen kleinen weg den kleinen futzer hier der da in diese richtung hier ja ja ist auch nix was welcher futzer jetzt dann dann gehen wir jetzt einfach zu scheune würde ich sagen Aber da unten sind doch auch noch Futzl. Wir können noch erst da unten die Futzl lang gucken. Ja, weil wir müssen noch eine Rune haben, bevor wir die Seele wegbringen. Ach so. Na dann. Bleibst du etwa auf dem Weg? Ich meine, okay, dafür ist der Weg ja da. Linda! Okay. Hä? Irgendwie eine Abzweifung vorbeigelaufen? Äh. Das fühlt sich nicht an wie ein Weg hier. Nee. War laut Karte? Schon. Da hinten ist auch eine Laterne. Die kommen ja da einfach nur zu dem Haus. Das ist... Nee, ich glaube, wir sind zu früh abgewogen. Ja, wir müssen hier weiter geradeaus. Und jetzt gehen wir zu dem linken Futzl. Da können wir eigentlich auch gucken, was da in dieser... In dieser Mulde da ist. Ha. Wie ist nix? Welcher Mulde? Die... In diese Richtung. Wo ist denn diese Richtung? Ja, wenn du ein Stück mit mir mitläufst, dann siehst du, in welche Richtung ich gucke. Wenn ich dich sehen würde. Da hinten. Dann lauf. Da. Du kleiner Pom Pom. What? Äh. Komm nicht hoch. Äh. Äh. Ich würde mich mal schon immer besser am Klettern als Hasen, ne? Pah. Ach. Die Mulde meinst du. Ja. Was ist das hier? Oh Gott. Warum sieht das so komisch aus auf der Karte? Weiß ich nicht. Aber es scheint nur ein Weg um diesen Baum herum zu sein. Oben rum, unten rum. Irgendwas müssen wir aber noch machen. Es bleibt ja nur noch der Fitzel ganz unten. Ach ja. Auf zum Fitzel. Oh, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke. An der mir hängen bleibt. Laufen wir bestimmt auch vor eine Alpha-Wand. Ja. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als da weiter zu machen. Hey, ich will wissen, wo die dritte Rune ist. Vielleicht kommt die ja noch. Dann solltest du vielleicht eine Epilepsie-Warnung schreiben. Fleischleid. Und so, und so, und so, und so. Vielleicht ist es ja zufällig auch die letzte Rune dann da. Das wäre natürlich echt fantastisch. Wie weit ist der Weg? Dieser Weg wird ein langer sein. Dieser Weg ist steinig. Steinig. Auf jeden Fall. Und voll Dreck. Hier ist es wie düster. Oder dunkel. Ohne Hoffnung. Das weiß ich nicht. Ich habe eine Kinderseele bei mir, also... Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich frage mich, was wäre passiert, wenn wir sie nicht verbrannt hätten. Ja. Warum ich? Was soll denn das? Weil du dich sonst immer beschwerst, dass du die ganzen Jumps gehst. Ich habe mich nie beschwert. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt sind wir schon auf der falschen Seite. Pam, pam, pam. Jetzt will ich es aber wissen bei dir, oder? Ich habe nichts gesehen, nur gehört. Ach so, hier war wer mit der Lampe. Du hast jetzt aber auch die richtige Laterne dabei, ja? Welche Laterne hast du? Doch, das ist die richtige Laterne, ne? Das ist die einzige, die man aufheben kann. Jetzt. Ja, ich ruhe fest. Mein Hintern hing da fest. Nein. Müssen wir alle Ruhen haben? Was ist denn hier deine Aufgabe? Das herumheulen. Ich habe irgendwo einen Zettel gehabt mit irgendeiner Angabe. I don't know. So, Gott lag hier neben ihm. Sag mal, jetzt, fall doch da nicht runter. Vielleicht sind wir doch falsch mit diesem Alltag, Döns. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Gibt es hier einen Oben? Dann kann man da hin. Dann kann man da hin. Und was sagt es dir? Nichts. Wenn ich das Buch einfach so drücke, steht, dieses Buch enthält einige Symbole, die wir hier schon gesehen haben. Ich sollte sie mit diesem Buch entziffern können. Aber ich kann das da unten nicht anklicken. Klausch, bist du unten? Komm mal noch mal runter. Ich komm. Ja? Alles in diesem Gang sieht normal aus, ne? Mhm. Außer, dass es die einzige Stelle ist, wo ich sehe, dass es eine Neonröhre da oben hängt. Und da unten ist ein Stein. Den habe ich auch gesehen, aber... Oh. Die Tür ist zu. Ja, aber hier ist offen. Jetzt nicht mehr. Willst du durchgehen oder willst du dich draufstellen? Lauf. Okay. Bin da. Das ist ein langer, dunkler Gang. Du schaffst es nicht, da auf einmal durchzukommen, ne? Nee. Okay, dann gehe ich mal zum Weinen. Jetzt folgt dann ein weiterer Gang. Oh, da steht jemand. Hallo. Ich habe eine Kinderseele. Äh, das was? Wer bist denn du? Das sieht aus wie eine Krankenschwester-Mumie. Oh, die hat einen Nippel, glaube ich. Oh, da darf ich gar nicht hingucken. Oh. Oh nein. Hallo. Oh, was willst du von mir? Hier liegt eine Rune, hier liegt eine Rune, hier liegt eine Rune. Ich habe eine Rune. Ich komme, ich komme. Sie verfolgt mich. Sie ist aber nicht schnell, sie weint nur. Huch, wo bin ich hier? Hä? Kannst du mir die Tür wieder aufmachen? Ich steh immer noch drauf. Die Tür ist zu. Die Tür ist immer noch offen. Für mich nicht. Wieso? Hä? Ich bin im Limbus. Warum? Und warum sind hier Särge? Die mache ich jetzt mal eben auf. Einen Moment bitte. Oh. Dafür sind diese Särge da. Da ist eine Laterne drin. Also dann war das richtig für die letzte Rune. Und dann müssten wir da hin, wo wir damals irgendwie in diese Anderswelt gekommen sind. Oh, jetzt bin ich wieder am Wohnwagen. So, Moment, erstmal nehme ich hier Sachen mit. Wo ist meine Kinderseele? Liegt die jetzt dahinter noch vergraben? Na toll. Weil die ist nicht mehr hier. Das wäre jetzt echt nicht gut. Äh, ich muss nach ganz... Ne, wo muss ich nochmal hin? Nach ganz rechts. Ganz rechts. Okay. Dann bat ich hier unten. Okay. Mhm. Bin schon auf der Hälfte. Jetzt bin ich gleich beim... ...weißen Backsteinhaus. Wieso hänge ich hier fest? Ich komme geschwommen. Kannst schon fast riechen. Ich hänge fest. Na, kannst du... Ich kann nicht mehr springen. Doch, jetzt. Na, wo ist denn die Kackhütte jetzt hier? Da. Das ist aber immer so hell drin. Oh, noch den Vordereingang. Das sah doch vorher nicht so aus, oder? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme die Leiter runter. Hänge mit meinem Hintern wieder fest. Na, endlich höre ich dich wieder. Mein Headset ist einfach ausgegangen. Ah. Ei. Ei, ich habe die am Laufenden gehalten. Da liegen meine Sachen. Habe ich jetzt die Kinderseele wieder dabei? Oh, mein Gott. Ja, ich habe die Kinderseele wieder. Kannst du wieder runter gehen. Optional finde, mehr Rundfragmente haben wir gemacht. So, jetzt müssen wir Lilliseele zum Altar in der Höhle bringen. Ich weiß nur nicht genau, wo diese Höhle war. I don't know. Sollen wir nochmal zum Anfang? Ich weiß nicht mehr. Sind wir über den Friedhof dahin? Lass mich mal überlegen. Wir haben auf dem Friedhof die Sache mit den Grabsteinen und Zahlen da gemacht. Danach wollte er jetzt zu dem Bürogebäude mit der fliegenden Nonne. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Ja? Weißt du noch, das war das Haus mit der unsichtbaren Dinge, wo wir dann im Keller doch das Rätsel gelöst haben. Und dann sind wir dadurch doch ein Loch durchgesprungen zum Altar. Ja. Aber müssen wir die Rune noch zusammenbauen? Das steht da nicht. Da steht, finde mehr Rundfragmente, um die Rune zusammenzubauen. Nach der Größe zu urteilen sollen es drei Fragmente sein. Wo bist du hin? Ach da. Ich bin nur so ein Stück gegangen. Das bist du, ne? Ja. Ja. Nicht abstürzen. Möchtest du sicherheitshalber nochmal Speichern drücken? Ja. Speichern. Abgespeichert. Schluck Kaffee. Hier bin ich am Anfang auch falsch rumgelaufen. Das heißt, jetzt ab in den Keller und durch irgendein Portal, ne? Genau. Einige Wesen sind unsichtbar necks. Ab in den Keller. Hier, vor der Rhein. Uh. Ist der Jumpscare nicht hier mitgekommen, oder was war das? Ich glaube auch. Nee, das ist einfach nur zum, hier nimm mal mit, ne? Aber die Laterne hast du ja. Und? Genau. Und dieses Mal gehst du voraus und guckst auf die linke Seite, äh, auf die rechte Seite so leicht, ja? Mal sehen, ob du auch diese dicke Nonne hast. Hier, ja? Mhm. Die rechte Seite. Ah, hi. Bist ja süß. Deine Schminke ist ein bisschen verschmiert. Lagi? Ja? Bewegt dein Pöpöchen. Ich muss auch. Äh. Da? Bist du dir da sicher? Oh. So. Äh. Oh, oh, okay. Ist das, weil du die Laterne hast? Ja. Und jetzt? Hier. Da. Da hinspringen. Ah, nee. Oh, nein. Oh, no. Blausch. Ich komme. Alles gut. Bin ich tot. Ich hab nur, äh, Genick gebrochen. Äh, ja, du leuchtest hier nach links, aber ich, äh, ich kann der Peri nicht folgen, Trollah. Hier ist doch nix. Äh, okay, hier ist was, aber... Ich, ich, ich sehe den... Siehst du, wo ich, wo ich stehe? Nein, aber ich versuche gerade zurückzuspringen, um dich abzuholen. Warte. Ich warte. Es dauert, glaube ich, immer ein bisschen, bis die nächste, das nächste Stein revealed wird. Da waren gerade dunkle Sachen. Wo stehe ich denn hier drauf? Achso. Ui, 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 ui. Ich lasse dich einfach mal einmal vorspringen und springe dann hinterher. Dann hauen wir auch nicht ineinander. Fallen hoffentlich auch nicht. Du bist aber nicht gerade wegen mir abgestürzt. Nee. Siehst du? Patsch. Ich bin alleine. Oh nein. Ich stehe alleine in der Dunkelheit. Gott, finde ich ja richtig furchtbar. Nächster Stein. Go, Peri. Go, Peri. Oh, das soll nicht. Nein. Ah. Dann nimm dir eine Laterne mit. Achso, gibt's hier eine? Ja. Ich glaube, das geht aber nicht, weil du eine hast. Doch. Okay. Warte denn einfach hier auf dich. Weil wir sind nämlich fast drüben gewesen. Hm, scheiße. Habe ich jetzt die richtige Laterne hier? Ja, bin da. Ah, da ist ja. Nein, drüben. Oh, Gott. Jetzt habe ich fast wieder abgestürzt. Bitte nach ihm. Na dann. Kinderseele. Achso, die Kinderseele auswählen. Bitte schön. Und, ah. One last game, put Lily's soul und bla bla bla. Gefangen in einem Reich der Seelen wurde ich zum Opfer eines verdrehten Spiels. Meine Mutter, Lisa getrieben von Liebe und Verzweiflung, suchte nach einem verbotenen Ritual, das mich zurückbringen sollte. Doch das trügerische Wesen, das ihr Hoffnung machte, brachte nur noch mehr Schmerz und Leid. Meine Seele wurde mir entrissen und ich war gezwungen, meine eigene Mutter an diesem grausamen Ort zu quälen. Doch selbst in den dunkelsten Tiefen blieb ein Fünkchen Hoffnung. Du, die Wahrheit liegt immer noch im Verborgenen, aber deine Taten haben einen Hoffnungsschimmer in unsere tragische Geschichte gebracht. Und das hier ist, was bist du hier ein? Ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Was mache ich jetzt damit? Wahrscheinlich erstmal durch dieses Portal gehen. Im Angesicht des Autos kannst du die entfernten Schreie eines jungen Mädchens hören. Okay. Gut. Jetzt sind wir wieder hier? Schlüssel? Schlüssel? Für hier? Ach, warte mal, der Schlüssel zeigt mir wieder den Weg. Wie komme ich denn hier raus? Okay, da einmal rum. Du bist noch da? Ja. Okay. Okay. Gründchen schwimmen. Falls wir uns verlieren, wir laufen nach West-Nord-West. Mhm. Sieh, das ist, wenn wir wieder zurücklaufen. Ja, was tut denn? Was war noch mal ganz oben am Friedhof, ne? Ja. Aber dann lass uns mal nach links abbiegen zum Wohnwagen. Mhm. Oh. Hm? Water. Wer ist denn hier? Wer bist denn du? Okay. Wo bist du denn? Ich bin gerade abgesoffen. Ich komme hier gerade nicht hoch. So. Bin da. Hi. Wir müssen hier rechts rum, außen rum. Ah. Willst du einmal Gesundheit auftanken zu Hause, oder? Ja. Jo. Ich glaube, der möchte nach da oben. Ja. Nur eben ganz kurz hier einmal auffüllen. Mhm. Wieso habe ich das im Ohr? Was machen wir jetzt damit? Dein Inventar ist voll. Okay, warte. Ich lege ab. Was lege ich denn ab? Dieses komische Ding, ja. Jetzt habe ich eine Runen in der Hand. Vielleicht hilft die Büchersammlung im Camp weiter. Ah, okay. Ich gebe die Büchersammlung. Die, wo du vorstehst. Die hier. Oder? Diese Runen scheinen... Was haben wir? Advanced Investigator. Diese Runen scheinen Wort zu sein, die aus der Perspektive einer Zivilisation, die Wissen und Fähigkeiten besaß, die weit über alles hinausgehen, was ich begreifen kann. Sie sprechen von einer Macht, die so gewaltig ist, dass sie die Realität selbst manipulieren kann. Es ist fast zu viel, um es zu begreifen. Wie konnte eine Zivilisation so etwas erreichen? Die Implikationen dieser Entdeckung sind erschütternd. Könnte diese Macht in irgendeiner Form noch existieren, verborgen in den Tiefen der Welt? Ich muss weiterforschen und die Wahrheit hinter diesem Geheimnis herausfinden. Ja, danke. Und was mache ich jetzt damit? Mehr kommt da nicht. Ich habe eine Rune dabei. Ist das auch diese komischen Geräusche? Immer wenn ich hier drauf drücke? Ja, ja. Okay. Okay. Hier ist Medizin. Habe ich gerade genommen, deswegen war ich hier. Ich wollte vielleicht, warte mal, ich muss auch einmal einen Schluck mir. Und ich nehme die Rune einfach mal wieder mit. So, wo ist die Schlüssel? Da ist die Schlüssel. Wir müssen... Gehen. Ich denke, der geht will zum Friedhof, oder? Zu dem Ding oben in der Mitte. Ich nehme das jetzt. Oh, nogle. Ich nehme das, oder? Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das. Was war das? Oh no. Gab es hier etwa noch irgendwie einen Raum, in den wir nicht reinkam? Ja, ganz oben. Die Treppe rauf. Die war abgeschlossen. Ah. Was war das? Oder? Nee. Du warst doch gerade hinter mir. Das ist so gruselig. Du wirst doch gerade... Und dann hast du von mir so gelber... Okay, ich frag nicht. Ich geh jetzt einfach mal rein. Du saßt ganz oben. Geh in die Hocke, um mit See, um leiser sein zu können. Meinst du, die Alte ist noch da? Ist die Tür zugegangen? Ja. Was war das? Wohin denn? I don't know. Bist du dir sicher, dass der Schlüssel nach hier führt? Also, das war aber am letzten Mal hier nicht. Also, denke ich, es ist neu. Mir ist ja leuchtet hier drin auch. Das sind die Lampen, die wir dabei haben. Das sind die Laternen. Okay, das war hier bei dem Pfeil. Hier war irgendwo was, was nicht aufging? Nee. Don't turn around. Du hast dich around gedurned, ne? Da hängt ein Notizzettel. Ja, ich hab das schon gehört. Oh, dreh dich nicht rum. Tja, nix passiert. Haha. Mich hat ein Vampir-Baby angesprochen. Kerze wurde bereits. Wir gehen nochmal raus und gucken, ob der Schlüssel noch woanders möchte. Okay, der Schlüssel will woanders hin. Warte mal. Ich bin nochmal rausgesprungen. Ich laufe in Richtung Osten. Aber ich denke, wir mussten da zuerst hin. Dann gut sein. Jetzt laufe ich in Richtung Südosten. Oder führt der uns jetzt auch in jedes Haus? Was wir schon gemacht haben. I don't know. Ich bin jetzt bei dem Backsteingebäude. Äh, das mit dem Roten? Ja. Ich glaube, du musst eine höher. Das meine ich nämlich, weil da war nämlich eine Tür, die war abgeschlossen oben. Ach so. Ich glaube, einmal mit dem Schlüssel hier in diese Holzscheune. Okay, da ist nix. Okay, ich komme mit dem Schlüssel. Ja, ich denke, ich komme in deine Richtung. Dann weißt du, wo ich gesagt habe, wo ist oben noch was? Ja, da ist eine Tür, aber die ist abgeschlossen. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube. Hi. Hi. Da oben? Oben. Hm, und dann links. Die hier? Ja. Was war das? Ich habe Papi gefunden. Hä? Äh. Okay, du bist bei mir. Das ist schon mal gut. Hätte ich eine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe. Kommst du? Ja. Ja. Was? Hat dich das auch erwischt? Ja. Danke für das Spiel von Kapitel 1. We are now addressing Bugs in Chapter 2. Stay tuned for updates. We did it. Ah. Ist das bei dir auch so pixelig? Gerade? Nö. So um die Schrift herum? Nö, alles supi. Vielleicht habe ich es zu hell gestellt. Aber Chapter 1, das war es, was ich im Kopf hatte. Ich hätte jetzt nur halt gedacht, dass es bedeutet, dass man auf der Karte noch nicht überall so hingehen kann. Ja. Aber mega. Mhm. Beta-Tester, da könnten wir auch verstehen. Ich will auch Beta-Tester sein. Most important person ever, you. Thank you for playing. Ha. Ich muss nicht, dass ich die Tasche aber noch an und ausmachen kann. Ach so. Ich auch. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt sind wir raus. Schade. Aber war gut. Ja, dann haben wir es auch geschafft. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es zusammenschneide, weil ich mit den Seiten raus bin. Ja, dann warten wir auf Chapter 2. Und YouTube wartet hoffentlich mit. Mhm. Und bis dahin. Tschüss YouTube. 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 Tschüss YouTube.